Rio Cato Mit der sukzessiven Perzeption der figurativen Ingredienzien gibt diese lebensbejahende Assoziation in eine nach Attention schreiende apokalyptische Aggressivität. Frech, kraftvoll, dynamisch und sehr expressiv setzt er grelle Farben und zerstört die zarten und fein ausgestalteten Naturschauplätze. Dies versinnbildlicht seine beabsichtigte Aussage, wie rücksichtslos der Mensch mit seiner Umwelt umgeht.